Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch. Die Macht ist mit uns oder aber auch nicht, das werden wir rausfinden innerhalb dieser Recap-Reihe. In der zweiten Folge von Obi-Wan Kenobi, die einfach nur Part 2 heißt, beziehungsweise Folge 2. Dazu begrüße ich euch recht herzlich. Ich bin einmal mehr der Dom und an meiner Seite mehr oder weniger sind der Christopher. Hello there. Und einmal mehr der Werner. Moin moin. Ja, und der Werner jetzt auch in tadelloser Top-Qualität. Uns ist ja ein kleines technisches Malheur passiert, da war die Macht nicht so ganz mit uns. Das ist aber heute zumindest die Macht deines Headsets, oder? Ja, also der Padawan hat sich entwickelt. Ja, ist doch wunderbar. Fast wunderbar. Ja, Folge 2, die ja tatsächlich direkt back to back mit Folge 1 veröffentlicht wurde. Also ursprünglich sollte die ganze Serie ja eigentlich wie das ganze Marvel-Zeugs auch an einem Mittwoch veröffentlicht werden. Dann gab es allerdings so, ich glaube, vor einem Monat ein Video von Ian McGregor, wo er mitgeteilt hat, das Ganze verschiebt sich nochmal ein bisschen. Die Gründe sind dafür nicht bekannt. Ich könnte mir vorstellen, dass es halt mit der Star Wars Celebration zusammenhängt, die jetzt gerade stattfindet. Und wo ja im Moment eine News nach der anderen reingerauscht kommt, ne? Aber es ist, glaube ich, nicht das Schlechteste, dass wir wirklich direkt dann so eine Doppelpackung bekommen haben. Das Problem ist halt, das alles zu besprechen, weil es sind zusammen halt immerhin, ja, so 80 Minuten etwa, ne? Beide Folgen zusammengerechnet. Ja, man kommt auf knapp 90 Minuten, ganz knappe Spielfilmlänge. Genau, der Abspann ist halt immer so elendig lang, ne? Also der ist ja wirklich auch in dem Stil von einem Kinofilm. Ja, plus diese typischen, wir kennen sie ja mittlerweile, Streaming-Abspänne. Wenn dann nach dem eigentlichen Abspann nochmal alle erdenklichen Synchronsprecher aus allen Ländern genannt werden müssen. Oh ja, genau. Ja, 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 ja. Ja, und was wir hier natürlich auch haben, wie schon bei der ersten Folge, und da bin ich leider auch wieder ein bisschen enttäuscht, aber vielleicht muss ich mich damit einfach abfinden, die Serie hat wie The Mandalorian keinen wirklichen Vorspann. Ne, wir haben einfach nur so ein Previously On, was diesmal nicht aus einer Rekapitulation der kompletten Prequel-Trilogie besteht, sondern nur aus der ersten Folge. Ja, dann haben wir einfach nur diesen Schriftzug, bisschen mit Sand und dann Obi-Wan Kenobi. Und ja, dann verschlägt es uns auch auf den Planeten, auf den sich Obi-Wan in der ersten Folge auf den Weg begeben hat. Nämlich nach, wie heißt er, Christopher? Hast du es auf dem Schirm? Nein, ich weiß es auch nicht. Ich wusste, ich wollte euch auch fragen diesbezüglich, dass ich nicht mehr weiß, wie er heißt. Äh, also ich hatte es jetzt noch, ich glaube, genau, Dayu heißt er. Okay. Genau, Dayu. Sieht von außen her nicht so aus, aber dann, sobald wir uns auf dem Boden befinden, ja, ist es wirklich so ein, ich sag mal, Coruscant-Light, oder? Das war auch mein erster Gedanke. Ja, es wirkt eher wie das Ghetto von Coruscant. Also ich weiß jetzt nicht, ob das nur eine Ecke ist oder ob der ganze Planet so diesen Eindruck vermitteln soll. Aber es war, ja, die düsteren Ecken von Coruscant, wo die Leute, die nicht so viel Glück haben, leben. Und es hatte dahingehend halt auch harte Blade Runner-Vibes. Ja, ich hab diesbezüglich auch sofort ein Problem mit bestimmten Aspekten. Mhm. Ich weiß nicht, ob das irgendwie unfair ist, weil sofort als Obi-Wan da landet und sich ein bisschen umsieht, was passiert? Er wird angesprochen und er wird gefragt, ob er Spice haben möchte. Ja. Jetzt hab ich zuerst gedacht, das ist irgendwie ein, äh, wir kriegen nochmal diese, du willst mir kein Spice verkaufen, quasi diese, möchtest du ein paar Killer-Stick-Szene aus Episode 2 in der Bar? Ja. Ja, ja. Und dann kamen mir komische Gedanken in den Kopf, die vielleicht, ähm, gar nicht angebracht sind, aber findet ihr das nicht auch komisch? Einerseits möchte das Star-Wars-Universum einen mit Real-Life-Dingen konfrontieren, nur eben in Star-Wars-Universum übersetzt. Aber, wenn es um das Gesindel, den Abschaum der Galaxis geht, dann trifft man hier andauernd Drogendealer, aber komischerweise gibt es keine Prostitution. Ja. Jetzt könnte jemand sagen, nein, 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 das geht zu weit, das ist immer noch ein Kinderprodukt. Ja, aber dann haben Drogendealer ja eigentlich auch nichts zu suchen. Das ist ein bisschen einseitig betrachtet, aber wie Dom gesagt hatte, das würde dann wahrscheinlich ein bisschen zu weit gehen für die Zielgruppe. Und ich möchte dieses Bild nicht vor mir haben, wie Aliens und andere Lebewesen da verschmelzen. Das, äh, nein. Aber in Sachen Drogen sehen wir ja im Laufe der Folge durchaus noch ein bisschen mehr, ne? Aber da kommen wir vielleicht gleich noch zu. Ich muss sagen, ich bin wahnsinnig erleichtert, dass wir Tatooine schon hinter uns gelassen haben, weil ich, ich, ich bin diese Sandplaneten und ich bin diese Wüstenplaneten in Star Wars einfach über. Und das hier mag zwar jetzt nicht, äh, äh, Originalitätsbäume ausreißen, aber es erfüllt seinen Zweck und es sieht halt auch wirklich, wirklich, wirklich mal wieder echt gut aus, ne? Ja, vor allem halt eben auch wirklich sehr stimmig, wie du schon angesprochen hast, so Blade Runner-Vibes kommen da sofort in Gedanken und daher hat mir das eigentlich auch wirklich sowohl optisch als auch eben von der Stimmung her sehr gut gefallen. Was, äh, mir noch aufgefallen ist, das hab ich beim ersten Mal, als ich die Folge gesehen hab, gar nicht so registriert, bevor er von dieser Drogendealerin da angesprochen wird, über die er dann ja auch versucht irgendwie, also er, er sagt ja dann, wie hieß das nochmal genau, er, er sagt, dass er eigentlich seine Tochter sucht und dass sie auf dem Planeten ist und dann sagt sie zu ihm so, ja, komm, also, dein Kind wirst du nie wieder finden, die ist praktisch tot und zieh dir mein Zeug rein, da hast du vergessen, dass sie je existiert hat. Ja. Und davor quatscht er noch so einen anderen Typen an, wo er sich dann irgendwie auch ausweisen soll und sagt dann auch wiederum, dass er seine Tochter sucht und dass er ihre Spur bis dahin verfolgt hat, wahrscheinlich mit Grüßen von Bail Organa. Ja, äh, was ich sehr lustig fand, er hat hier so ein Gerät in der Hand, was man, glaub ich, schon mal in Episode 3 gesehen hat und es sieht aus wie ein Game Boy Advance. Aber da, äh, da war damals das Szene in Episode 3, wo ich mir schon so dachte, weil da sitzt irgendwie Anakin auf so einem Sofa und hat dieses Ding in der Hand, denk ich mir so, ja, hast du jetzt grad mal eine Runde Game Boy Advance gespielt, ne, um so, um so runterzukommen. Ja, warum sieht man die eigentlich nie zocken? Ja. Weil in dieser Galaxis muss es garantiert eben nur diese Art von Spielen geben, ähm, mit denen sich die Kids da ablenken, aber meistens spielen die Kinder im Star Wars Universum ja tatsächlich analoge Sachen. Schon komisch. Ja, tatsächlich. Ja, was hier noch auffällig war, derjenige sagt dann zu Obi-Wan, dass es gar nicht sein kann, dass er irgendwie da ein Signal empfangen hat, beziehungsweise, dass es da eigentlich endet, weil diese Region da, äh, da heißt es dann, also, ja, hier wird die Privatsphäre noch hochgehalten und hier geraten weder Signale rein noch raus. Und deswegen muss Obi-Wan tatsächlich, ja, so auf die altmodische Art da durchstiefeln und gucken, dass er irgendwie einen Anhaltspunkt findet, ne. Ja, was halt wieder diese, ja, Noir-Detective-Atmosphäre unterstreichen soll. Ja. Nehme ich mal an. Hat halt auch wieder sehr was von Blade Runner durchaus, ne, auch wenn's jetzt nicht geregnet hat tatsächlich. Aber vielleicht hatten sie für den, für den Regen kein Geld. Nee, das wär auch zu viel gewesen. Irgendwie, das, äh, ist, die Stimmung ist so schon bedrückend genug, wenn da jetzt auch noch so furchtbares Wetter wäre, ich weiß nicht. Ja, und dann wird er halt angequatscht von dieser Drogendealerin und das Gespräch zwischen ihm und der Drogendealerin bekommt dann wiederum, ja, ich sag jetzt mal so ein Baker-Street-Boy mit. Also so auf jeden Fall so ein Junge, der da rumhängt. Und der sagt ihm, dass er ihn zu einem Jedi führen kann, der ihm eventuell weiterhilft. Ja, dieser Jedi entpuppt sich dann als, äh, jemand, ich weiß gar nicht, doch im Marvel Cinematic Universe ist er jetzt auch anzutreffen. Ja, genau. Ja, Kumal Nanjani, er spielte mehr oder weniger die gleiche Rolle in Eternals eigentlich. Auch so ein Trickster, den man nicht wirklich für voll nehmen kann. Du hast aber, ganz kurz, muss ich das noch mit einbringen, den vielleicht cleversten Cameo seit langer, langer Zeit in Star Wars übersprungen. Stimmt, ja. Irgendwas war da noch, genau, ja, den hab ich jetzt wirklich geskippt, Schande über mich. Wir sehen nämlich ganz kurz, beziehungsweise Obi-Wan wird von einem, ja, ich weiß nicht, Obdachlosen, auf jeden Fall jemanden, der auf der Straße sitzt, angequatscht. Und ich dachte, er ist, ich kann meinen Ohr nicht trauen, als ich die Stimme gehört hab. Es ist tatsächlich Tim Morera Morrison als ein abgewrackter Klonsoldat. Und nicht nur irgendeiner, sondern tatsächlich einer von der 501., was man an seinem Helm oder an seiner Rüstung sehen kann. Und er selber ist auch ziemlich abgetakelt, noch abgetakelter eigentlich als Obi-Wan. Also, der hat ja wirklich schon einen Rauschebart, ne, und fragt ihn dann eben nach Geld. Interessant wär's tatsächlich gewesen, wenn es jemand wäre, der direkt mit Obi-Wan zu tun gehabt hätte. Zum Beispiel eben Colonel Cody, oder wie war sein Name? Genau, äh, Commander Cody. Cody, Commander Cody, ja. Das wäre, aber gut, das hätte er dann abgelenkt. Es geht einfach nur darum, dass Obi-Wan wieder mit einem Fragment aus seiner Vergangenheit konfrontiert werden sollte. Und ihm nochmal erneut vor Augen führen sollte, wie alles schrecklich den Bach runtergegangen ist. Als ob er davor nicht schon genug gesehen hätte. Aber, aber der Cameo war wirklich clever. Vor allen Dingen Tim Morera Morrison. Der hat ja wirklich einen Wahnsinns-Deal. Es ist nicht einfach nur so, dass er eine Rolle hat in diesem Universum. Er hat eigentlich Multiple und wann immer mal wieder mal Klonsoldaten vorkommen sollen, kann man ihn ranholen. Richtig. Ja, also dieser Auftritt, wie du schon gesagt hast, allein aufgrund der Stimme hat er einen direkt überrannt. Also man muss nicht mal hinschauen und schon denkt man, oh mein Gott. Ja. Ja. Soweit im Deutschen auch mit Martin Kessler wieder, ne. Also ich, äh, er stelle mir schon die Frage, ob, ob der sich so langsam wiederum die Frage stellt, wie lang er wohl noch diese Rolle sprechen wird. Weil er hat den ja auch, also im Gegensatz zu Tim Morera Morrison, hat er den ja auch selbst in den, äh, also in sämtlichen Animationsserien auch gesprochen, ne. Also, was heißt den, äh, den Prototypen und halt, äh, sämtliche Ausgaben von ihm. Aber fand ich tatsächlich auch schön, was nur so ein bisschen komisch war, dass er da halt in der Rüstung sitzt. Zehn Jahre, äh, nach dem Aufstieg des Imperiums, hm, müsste eigentlich ein bisschen mehr Aufmerksamkeit erregen. Also, dass er da wirklich auch noch in seiner Rüstung sitzt, meine ich. Nichtsdestotrotz fand ich's tatsächlich schön. Ich hatte sogar einen Moment lang die Theorie, aber das hab ich dann doch wieder verworfen, weil das passte nicht. Ich hätte wirklich einen Moment gedacht, es sei Captain Rex aus, ja, eben den Animationsserien. Jemand, der eigentlich eher mit Anakin angebandelt hat, während, äh, Kenobi eher so auf Du war mit, äh, Commander Cody. Ja, lustig wäre es gewesen, wenn es einer von den beiden gewesen wäre. Ja. Und Obi-Wan hätte ihn wiedererkannt, aber er hätte ihn nicht wiedererkannt. Ja. Weil er schon, ne, so lange auf den Straßen rumstreunt und sich wahrscheinlich auch verschiedenen Substanzen hingegeben hat und vielleicht nur noch verwirrt ist. Das hätte es noch einen Ticken tragischer gemacht. Aber ja, so ist das halt auch ein guter Verweis auf die ganze Maschinerie. Das Imperium hatte diese Klone, braucht sie nicht mehr entsorgt. Jetzt sammeln sie Kinder ein, um sie zu Stormtroopern auszubilden. Und für die Klone gab es diesbezüglich dann eben keinen Bedarf mehr. Genau, und dann kommen wir zu Kumalyan Jani, der eben sich als Jedi ausgibt, in so einer Baracke, glaube ich, oder sowas. Sein Name ist Haya Estri. Und ja, er ist jemand, der eben so tut, als er einen Jedi und damit Leute übers Ohr haut und damit sein Geld verdient. Und wir sehen am Anfang halt, wie er, glaube ich, eine Mutter mit ihrem Kind, auf Deutsch gesagt, verarscht, indem der den halt vorgaukelt. Er würde Jedi-Tricks beherrschen und könnte irgendwie jemanden an so einem Sicherheitstor oder was per Funk mit Jedi-Tricks manipulieren, was halt kompletter Quatsch ist. Ja, es war irgendwie klar, dass Kumalyan Jani so eine leichte Comic-Relief-Rolle haben würde, ne? Aber das fand ich auch absolut gelungen. Also wie du gesagt hast, so an sich natürlich total absurd. Aber andererseits hat mir die Szene trotzdem gefallen. Also gerade als er dann entlarvt wird, ja hier mit Magnete, geht das Ganze natürlich ganz einfach. Und es hat mir sehr gefallen, die Szene. Mir auch tatsächlich. Die Theatralik dabei, die war schon ganz komisch, wenn er zum Beispiel dann eben die Fenster schließt mit den Magneten in seinem Ärmel und das eben als Machtstoß ausgibt. Nur da ist halt auch wieder die Frage, wie gefährlich ist das? Du lebst in einer Zeit, wo die Großinquisitoren Jedi-Ritter suchen und auch komplett auslöschen wollen und dann macht das da jemand einfach so, ohne die Sorge entdeckt zu werden? Ja, sie müssen ja nur seine fremden Kunden glauben, dass er es macht. Also wenn mein Chef weiß, dass ich die Kunden verarsche, ist es ihm egal, solange die Kunden Geld rücken. Ja, das kann ja, das kann ja, genau, gut, das kann ja eventuell sein, dass er wurde schon mal irgendwie. Nein, 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 absolut nicht. Nur ein rein fiktives Beispiel. Nein, aber das ist ein guter Punkt. Das kann ja sein, dass er schon mal irgendwie mit dem Imperium zu tun hatte und er konnte zeigen, hier, ich kann das nicht, ich tue nur so. Und dann haben sie ihn in Ruhe gelassen, dass das schon mal zu einer Konfrontation kam. Ja, der bedient natürlich da auch so einen gewissen Unterweltmythos. Es hat irgendwie auch, ich war wirklich einen Moment am überlegen, ja gut, Kumalian, Gianni saß ja selber da, aber man hätte das theoretisch fast zu inszenieren können, so aller Zauber von Oz mäßig. Nicht, dass er irgendwie so ein Orakel ist oder so und in Wirklichkeit nur so ein Penner, der in der Kabine sitzt vor dem Mikro und die Leute verarscht. Das wäre sehr offensichtlich gewesen. Ja, nee, aber auch, also ich meine, es ist, er ist jetzt nicht unerwartet, dass, dass er so eine Rolle spielt. Und ich muss sagen, er fällt jetzt auch nicht irgendwie, also er wirkt jetzt nicht wie ein völliger Fremdkörper. Nee, das hat schon so gepasst. Ja, danngehend hat's funktioniert. Allerdings Obi-Wan durchschaut den natürlich und ist auch irgendwie ziemlich verächtlich dem gegenüber, dass der, also der bezeichnet den sogar wirklich als Ratte und als Abschaum, der halt nur Leute ausnimmt. Und dann will Estree ihm aber, glaube ich, helfen, das Kind zu finden und gibt ihm dann halt einen Tipp eben mit zu so einem komischen Club, wo man aber nicht so leicht reinkommt, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Oder auf jeden Fall so ein Stützpunkt, wo die, ja, wo man dann das Gefühl hat, dass man hier förmlich in der Sci-Fi-Variante von Breaking Bad gelandet sein könnte, ne? Ja, nicht nur bezüglich der, der Substanzen, sondern auch, was dafür, was dafür andere Geschäfte betrieben werden. Ich meine, wenn er dann zu der Zelle hin will, wo er Lea vermutet, fragst du dich, aha, da gibt es also mehr häufiger Zellen, wo Kinder aufbewahrt werden, Menschen aufbewahrt werden. Also, hier wird so eine ganz bestimmte Form von der Star-Wars-Unterwelt gestreift, die wahrscheinlich eben auch aus Jugendschutzgründen nicht weiter vertieft wird. Ja, es wird, es wird wieder halt so angedeutet, ne? Angenommen, es wäre jetzt keine Disney-Serie, dann hätte man hier vielleicht eher sogar echt noch ein bisschen weiter in die Vollen gehen können, ne? Aber gut, ich fand's tatsächlich cool, mal sowas zu sehen, also, es sah halt wirklich aus wie so ein Meth-Labor und auch Obi-Wan, der halt da mit so einer Maske, also, es hatte wirklich so Walter White-Vibes, so ein bisschen, ne? Die lenkt er dann ja, glaub ich, ab, indem er irgendwie so ein, ja, wirklich fast so ein R-Meyer-Kolben zum Platzen bringt, ne? Das ganze Set an sich, ja, es ist wirklich so eine Kreuzung aus Breaking Bad und wieder Blade Runner eigentlich so ein bisschen, ne? Du ist dein Erster. Ja, und es sah auch sehr stimmig aus, muss man sagen, also, es hat gut zusammengepasst alles. Ja, und da saßen auch tatsächlich mal einige Aliens an den Apparaturen und so, ne? Das hat mir auch gefallen. Und, ja, dann, äh, findet er ja relativ schnell auch die Zelle, ne? Ziemlich unproblematisch, ehrlich gesagt, auch. Und, äh, öffnet die dann und denkt natürlich, da ist Leia und, äh, da ist leider nur eine Attrappe. Äh, und so kommen wir dann erneut in den Genuss von Flea, von den Red Hot Chili Peppers. Ich kann mich immer noch nicht dran gewöhnen. Nein, ich auch nicht. Es reißt mich, ehrlich gesagt, fast schon raus. Aber die Kampfszene, die dann kommt, fand ich sehr gut, beziehungsweise, also, man, man, da kommt ja dann auch wirklich zum Tragen, dass, äh, Flea und, äh, seine Konsorten wirklich im Auftrag der dritten Schwester handeln, also von Reva, der Inquisitorin, und dass die, äh, auf dem Weg dorthin ist. Und den Kampf an sich fand ich ziemlich gut, also ich hab jetzt, wo ich ihn jetzt auch nochmal gesehen habe, da kommt richtig schön durch, dass Obi-Wan, äh, ja, zum einen nicht mehr der Jüngste ist so langsam. Also, er dürfte jetzt ungefähr in einem ähnlichen oder fast in einem ähnlichen Alter sein wie Qui-Gon in Episode 1. Und andererseits, äh, naja, er ist halt auch nicht mehr so kampferprobt, ne? Mhm, das sieht man ja dann vor allem später, aber auch hier lassen sich so erste Anzeichen erkennen, wo man denkt, hm, der Junge, okay, der Mann, der hat's nicht mehr ganz so drauf. Ja, vor allen Dingen, das war eine Form von Raumkämpfen, die wir bei Star Wars in der Form eher selten haben. Weil du siehst hin und wieder One-on-One-Combat mit Star Wars-Charakteren, aber die sind dann immer nur relativ kurz, bevor man dann wieder zum Blaster oder zum Lichtschwert greift oder die Macht einsetzt. Man denke an Obi-Wans Kampf gegen Jango Fett auf, ähm, dem Klonplaneten in Episode 2. Ja, oh, der ist fantastisch. Ja, was für sich allein betrachtet eine fantastische Action-Sequenz ist. Und da ist ja, bevor Jango in sein Schiff geht, dann gibt's da ja auch ein bisschen gegeneinander mit Fäusten und Tritten. Ja, ja. Und da sieht man eben auch die Fitness, die Obi-Wan da an den Tag legt. Aber ja, hier, das war sehr minimalistisch, sehr rau, sehr ungewöhnlich. Wenn natürlich auch sehr kurz, aber fand ich sehr gut, vor allem bevor die dann auf ihn losgehen und ihn schon so halb demaskieren eigentlich, fand ich sehr toll, dass da was durchkam, was Obi-Wan immer auszeichnete. Nämlich, Obi-Wan ist ja eigentlich jemand, der gar nicht gerne kämpft. Also, der ist zwar ein hervorragender Krieger gewesen, aber in erster Linie ist der eigentlich ziemlich listenreich und auch ein bisschen verschlagen. Immer und immer wieder. Und der versucht ja auch immer, Situationen eher so zu lösen. Also, der agiert eigentlich mehr mit der Zunge als mit dem Schwert, könnte man sagen. Und das kam hier durchaus durch, auch wie er dann einmal so ein bisschen so auf Blöd fast schon macht. Auch schon gegenüber diesem Astry. Da kommt viel vom alten Obi-Wan, so eine gewisse Verwegenheit. Und die mag ich sehr gerne an der Figur. Ja, ist mir jetzt bewusst beim Schauen nicht so aufgefallen, aber im Nachhinein, jetzt wo du es so ansprichst, ja, stimmt durchaus. Also, da ist ja viel immer gewesen. Also, wenn man sich jetzt zum Beispiel mal erinnert, wie der mit General Grievous da am Anfang verfährt, in Episode 3 zum Beispiel oder auch, weiß ich nicht, in der Clone Wars Serie. Da gibt es zum Beispiel einmal eine Szene, ich glaube auch in dem fürchterlichen Clone Wars Kinofilm leider, wo er es so tut, als würde er sich ergeben. Und sich dann mit dem feindlichen Separatisten General da irgendwie hinsetzt und erst mal völlig Tee trinken will mit dem. Und dadurch dann halt die Situation in die Länge zieht und den dann irgendwann überwältigt und so weiter. Aber sie kriegen Obi-Wan zu packen. Dann, äh, Flair eröffnet ihm dann irgendwie so, ja, also meine Fresse, ey, du hast, du hast es doch irgendwie nicht mehr drauf und jetzt stirbst du hier wegen irgendeinem verzogenen Gör. Ja. Und dann haben sie Obi-Wan aber wiederum unterschätzt, denn der schafft es ja wirklich schon fast in Batman-Manier abzuhauen, ne? Fand ich sehr schön. Auch wo du es erwähnt hast, mit seiner listenreichen Art, was ist das allererste, was wir jemals von ihm in Sachen Konfrontation gesehen haben? In Episode 4, die berühmte Stelle, ihr braucht seinen Ausweis nicht zu sehen, das sind nicht die Druiden, die ihr sucht. Genau. Ja, und auch dieses in der Bar dann mit Luke, wenn die beiden auf ihn losgehen wollen. Der Kleine ist die Mühe nicht wert. Also er hat, man muss wirklich mal das betrachten, dieses Franchise geht jetzt schon weit über 40 Jahre, hatte so viele verschiedene Autoren und Regisseure und trotzdem schaffen sie es irgendwie, bestimmte Charaktere immer konsistent zu halten. Also immer die Kontinuität auch der Charakterentwicklung zu wahren, das ist ein Aspekt, der an Star Wars niemals gut genug gelobt wird. Also bei all den kleinen Unstimmigkeiten gibt es doch bestimmte Dinge, die fühlen sich immer wieder gleich an und das ist gut so. Ja, definitiv. Ja, das hängt natürlich auch damit zusammen, dass, also Ewan McGregor ist ja hier nicht nur als Schauspieler zurückgekehrt, sondern ist ja auch als Produzent an der Serie beteiligt. Es kann also sein, dass er da auch ein gewisses Mitspracherecht hat und er kennt halt diese Rolle in- und auswendig, ne? Ja. Aber es ist an der Stelle wirklich gut geschrieben, muss ich sagen. Gefällt mir. Ja, ich weiß gar nicht, wie geht's dann weiter? Ich glaub, er kann dann abhauen und findet dann doch relativ schnell Leia in einer anderen Zelle. Ja, das ging ziemlich schnell. Genau, und die will ihn eigentlich erst überwältigen und nicht erst wirklich mit ihm mitkommen und traut ihm am Anfang auch nicht so richtig, ne? Also bevor wir jetzt da ansetzen, möchte ich noch gar kurz anmerken, dass mir das mit dem Finden ein klein bisschen zu schnell ging, muss ich sagen. Also dafür, dass so ein Riesen-Hype gemacht wird, niemand kann sie finden und jetzt ist Bischof ein Planeten und du wirst sie nie wiederfinden. Das war innerhalb von, gefühlt von fünf Minuten war das abgehakt. Da bin ich bei dir, aber das, äh, dafür bekommen wir natürlich auch sehr viel Zusammenspiel zwischen beiden, ne? Du musst bedenken, wir haben natürlich auch nur sechs Folgen und, äh, auch wenn die erste Folge ein relativ gemächliches Erzähltempo hatte, was mich aber überhaupt nicht gestört hat, dann muss es jetzt hier schon ein bisschen so zapp, zapp, zapp gehen, ne? Ja. Aber, ja, gut, ich hätte gern noch mehr von der Unterwelt gesehen, muss ich zugeben. Dann macht er sich, äh, mit, mit, äh, Leia auf die Pirsch so ein bisschen. Leia kriegt auch relativ schnell neue Klamotten von ihm verpasst, beziehungsweise eigentlich sie, einmal gehen sie ganz kurz so auf Shopping-Tour und das war auch eine sehr schöne Szene, weil da sagt er dann irgendwie zu dem Händler so, ja, also wir nehmen nur das und Leia streift sich dann irgendwie solche Handschuhe über und er so, ja, und die Handschuhe auch, ne? Weil er merkt, er kann sich überhaupt nicht gegen die durchsetzen. Und, ja, die ist halt ein kleiner Dickkopf, aber ich muss sagen, ich finde das eine sehr schöne Chemie eigentlich zwischen denen. Das ist relativ spröde, aber das, das passt auch dazu. Man merkt halt, in dieser ganzen Folge merkt man vor allem, dass Obi-Wan so wahnsinnig viel, äh, sowohl von Anakin, aber als auch, äh, als auch von Padme in, äh, Leia wiedererkennend, ne? Ja, äh, der, der Dialog, der einem das Herz rausreißen soll, der kurz danach dann folgt, der bringt es ja auf den Punkt, wenn er sagt, du erinnerst mich an jemanden, das ist, äh, das ist auch wieder sehr gutes Nostalgia-Bait. Ist nicht zu dick aufgetragen, aber es ist logisch, dass er das sagen würde. Wenn du die Eltern von einer bestimmten Person so gut kennst und dann interagierst du mit den Kindern und dir fallen bestimmte Charakteristiken auf, das ist ein sehr natürlicher Dialog an der Stelle. Ja, mir kam da auch eine Szene im Gedächtnis aus Episode 3, die ist, also ich muss dazu sagen, ich hab auch die Romane zu den Filmen gelesen und da sind viele Stellen drin, die das Ganze nochmal sinnig erweitern und die auch teilweise nicht mal gedreht worden sind. Also, äh, es gibt bei den rausgeschnittenen Szenen bei Episode 3 gibt es so was, da ist schon so der Keim der Rebellion, aber es gibt auch noch eine Unterhaltung zwischen Obi-Wan und Padme und da merkt man auch, also ich mein, die kennen sich ja auch schon sehr, sehr lange, ne? Man merkt auch, dass das Obi-Wan, also die hat eben auch schon irgendwo was bedeutet. Es gibt dann halt in Episode 3, in dieser, dieser, äh, zusätzlichen Szene gibt es eine Stelle, wo Obi-Wan dann wirklich so zu Padme sagt, ja, ihr hättet eigentlich Jedi werden sollen und nicht Politikerin. Oh, okay. Ja, weil die ja auch sehr stark in der Macht ist tatsächlich, ne? Also, äh, Padme, äh, Natalie Portman, die wir wahrscheinlich nicht in irgendeiner Serie wiedersehen werden, glaub ich nicht. Die ist ja jetzt, die ist ja Mighty Thor demnächst. Naja. Und, äh, wie geht's dann weiter? Ich weiß gar nicht, also was, was sehr auffällig ist, Leia, äh, läuft die ganze Zeit so schnatternd neben ihm her und sagt eigentlich die ganze Zeit offen, dass er ein Jedi ist. Und er kriegt so langsam echt Muffensausen, weil so langsam aber sicher sein Fahndungsfoto so die Runde macht und auch die ganzen Kopfgeldjäger da aktiv werden. Da war unter anderem einer bei, der erinnerte mich irgendwie an die Kinderzeichentrick-Serie, die ich leider ganz fürchterlich fand, Extreme Dinosaurs an einer Stelle. Was ein tolles Konzept war, aber das gehört hier nicht her. Ne, das gehört hier nicht her. Ach, ne, die mochte ich gar nicht. Da hätte man was Tolles draus machen können. Die mochte ich gar nicht. Ja, furchtbarer Müll. Ja, da hatte ich tatsächlich so ein bisschen Glaubwürdigkeitsprobleme. Wie war das für euch? Ach, geht. Also, mir gefiel es, dass Leia alles Mögliche in Frage gestellt hat. Das passt zu ihr, wie sie in die Serie eingeführt wurde. Und auch die Kleine, die sie spielt, gibt nach wie vor eine Wahnsinns-Performance. Also, so eine lebhafte Kinderdarstellerin habe ich schon seit Längerem nicht mehr gesehen. Wie ist wirklich, du kaufst ihr das alles ab, wie altklug sie ist, was sie alles hinterfragt und dass sie auch sehr schnell dabei ist, Schlüsse zu ziehen, oft falsche Schlüsse zu ziehen. Das fand ich super. Nur, ja, dass die beiden immer noch in Gefahr sind und sie ein bisschen vorsichtiger sein sollte, das hätte dann schon zur Trage treten sollen. Vor allen Dingen, da ist jemand, der holt sie da raus. Und sie will ihm nach wie vor kein bisschen vertrauen und denkt, er ist genauso schlimm wie die Leute, die sie da reingebracht haben. Das war dann ein bisschen, komm Mädchen, jetzt komm mal zur Vernunft. Ja, das ist auch das, das war auch mein Gedanke. Also, wie du gesagt hast, das Schauspiel ist absolut großartig. Du kaufst ihr diese Rolle wirklich ab. Und es passt auch zum Charakter, dass sie da, ja, nicht einfach nur stillschweigend mitläuft und tut, was man ihr sagt. Aber nach einer gewissen Zeit wurde mir das dann auch ein bisschen zu viel. Also, da hätte man dann, ja, weiß nicht, das Ganze ein bisschen runterfahren sollen. Ob das dann wiederum gepasst hätte, ist die andere Frage. Aber so war das gut, aber gegen Ende zu viel. Ja, hier merkt man tatsächlich auch wieder, dass es alles ein bisschen komprimiert ist, weil sie versuchen hier aus meiner Sicht so ein bisschen auf zwei Hochzeiten zu tanzen. Zum einen wollen sie eben diese Bedrohung und Spannung halten, was ja auch irgendwo funktioniert. Zugleich wollen sie aber eben auch so schnell wie möglich, sage ich mal, so eine Buddy-Dynamik entfalten. Also, das hat ja fast schon manchmal ein bisschen was von Leon der Profi irgendwie gehabt. Ja. Lustigerweise mit der jungen Natalie Portman. Sehr gute Referenz. Ja, echt. Ja, es muss halt alles ein bisschen schnell gehen. Was ich ja sehr lustig fand, also die ist auch tatsächlich echt schon frech, ne? Weil er sagt dann irgendwie auch an einer Stelle, ja, wenn du gefragt wirst, ich bin dein Vater und wir sind da und dahin unterwegs. Und sie so, ja, also maximal mein Großvater. Ja, das, aber irgendwie muss ich sagen, also, wenn man mit der Kinderdarstellerin daneben gegriffen hätte, dann hätte die Rolle, glaube ich, nervig werden können. Aber die spielt sehr charmant, wie ich finde. Ja, ja, nervig ist sie nicht, überhaupt nicht. Und das hätte, wie du sagst, sehr schnell in die Hose gehen können mit der falschen, mit der falschen. Stichwort Jake Lloyd. Ja, dünnes Eis, aber man hat's geschafft. Ja, wie geht's weiter, Christopher? Willst du mal übernehmen? Es geht so weit weiter, dass Obi-Wan seine Sachen findet. Er schaltet dieses Gerät ein, das ich immer noch nicht ganz einordnen kann. Und sein Fahndungsfoto ist auch dort zu sehen. Und auf einmal dämmert der kleinen Lea, oh mein Gott, sie haben mich ja nur entführt, weil sie an dich ran wollen. Und du bist für mich gefährlich und ich kann mich nicht weiterhin mit dir hier sehen lassen. Und dann beginnt eine Flucht über die Dächer. Es wird von einem Dach zum nächsten gesprungen. Die Großinquisitorin und auch die verschiedenen Kopfgeldjäger sind ihnen auch auf den Fersen. Und Lea hört einfach nicht, obwohl Obi-Wan sie inständig darum bittet, stehen zu bleiben. Und dann steht sie an einer Kante, möchte dort rüberspringen. Doch sie stürzt ab, hält sich an einer Leine fest und kann sich aber nicht länger halten, stürzt weiter. Und Obi-Wan ist in dieser Situation gezwungen, endlich mal die Macht einzusetzen. Was er dann auch tut, er kann Leas Fall stoppen. Und auch dann ist sie endlich davon überzeugt, dass sie es mit einem echten Jedi zu tun hat. Und das war dann so der Punkt, wo die Folge für mich so richtig an Fahrt aufgenommen hat, muss ich zugeben. Weil man hat gemerkt, jetzt steigt auch die Gefahr effektiv. Das ist nicht einfach nur, wir fangen und halten dich fest, sondern wirklich, da wird gejagt, da wird verfolgt. Und das hat mir wirklich gut gefallen. Auch von der Inszenierung her, wie man da gewechselt hat zwischen Dächern und Boden. Und auch die stimmige Inszenierung, weil es halt eben nach wie vor dunkel war. Also das hat mir wirklich sehr gut gefallen. Und ja, kann man so machen. Auch die Akrobatik von Moses Ingram, die bleibt durchaus im Gedächtnis. Oh ja. Was wir noch nicht erwähnt haben, die hat ja tatsächlich dann jetzt gezielt ein Kopfgeld auf die ausgesetzt, nachdem die ja Flea und seiner Crew entkommen ist. Und dieses Kopfgeld passt aber zum einen dem Großinquisitor, der dann auch angerollt kommt, überhaupt nicht in den Kram. Und man merkt, da ist wirklich ein Machtkampf so zwischen den Sith-Ergebenen von Vader. Und ja, da hätte ich gern noch ein bisschen mehr von gesehen. Man sieht ja leider da nicht mehr so viel von, ne? Das können wir dann gleich sagen. Aber da kam mir dann auch ins Gedächtnis, ja, es ist irgendwie auch kein Wunder, warum das nicht funktioniert. Weil man erinnert sich, also das sind jetzt nicht alles Sith, aber die tendieren ja eindeutig in diese Richtung. Moses Ingram, also Reaver benutzt an einer Stelle ja auch die Macht auf dem Dach. Und naja, es hat schon seinen Grund, warum die Sith immer diese Regel der Zwei hatten, ne? Weil die sich sonst alle gegenseitig fressen irgendwann. Ja, die Welt ist nicht groß genug für zu viele Sith. Genau. Zwei ist einer zu viel. Ja, man merkt auch wirklich, dass der Großinquisitor von ihr, also er sagt ja dann auch, die hat eigentlich nur ihre Stellung wegen ihrer Machtfähigkeiten und ihre Herkunft. Also die scheint wohl wirklich aus der Gosse zu kommen. Jedenfalls, was er von sich gibt. Das hat dann natürlich auch nochmal so einen gewissen Geschmack, weil, naja, so übertragen jetzt auch in diesem Setting könnte man fast denken, dass Moses Ingrams Figur irgendwie fast so ein Ghetto-Child ist, ne? Ja, der Aspekt spielt ja natürlich mit, hab ich jetzt nicht dran gedacht. Nur, hm. Hm. Also einerseits, wir alle wissen, wie viel Wert Disney auf Diversity legt. Nur, wenn du einen Charakter hast mit so einer Hintergrundgeschichte und du castest dann eben jemanden, der schwarz ist in dieser Rolle, dann kann das natürlich die falschen Assoziationen wecken. Aber ich glaube, so haben die nicht gedacht dabei. Nee. Äh, ich muss auch sagen, ich finde die, äh, Diversität in der Serie bislang sehr angenehm, tatsächlich. Also, es wirkt nicht irgendwie erzwungen oder so. Und, ähm, ne, also auch Kumaljan Jani zum Beispiel ja auch, ne? Der ja dann auch nochmal hinzukommt, ne? Der sieht ja auch das Fahndungsfoto. Und vor allem muss man da auch ansprechen, da gab's ja auch so Gerüchte um ein Auftreten von Hunt Solo, ne? Im Trailer gab's ja so eine Szene, wo man die Pistole so im Schatten sieht. Und in der Szene, wo er dann halt eben konfrontiert wird und sich als Luke ausgibt, hat man dann halt eben gesehen, okay, da ist kein Solo-Auftritt, der uns erwartet, sondern er hat sich da als Jedi ausgegeben. Genau. Er stellt sich dann der Reaver, glaube ich, in den Weg, ne? Genau. Nachdem er dann irgendwie vorher, also Obi-Wan ist ja nochmal dann begegnet, glaube ich. Ich muss sagen, generell so, dass, äh, es hat ja dann schon wirklich Aufsehen erregt, dass Obi-Wan, äh, Leia da vor diesem Sturz mit der Macht bewahrt hat. Das hat mich sehr, ich weiß nicht, habt ihr, ihr habt nicht Jedi Fallen Order gezockt, oder? Nein, ich bin gar kein Game. Nee, aber ich hab's vorher jetzt. Okay, weil, äh, das eröffnet nämlich mit einer durchaus ähnlichen Szene auch in Verbindung mit einer, mit einer Sith-Schwester oder was auch immer. Äh, erinnert sie mich tatsächlich sehr daran. Wobei, es hätte eigentlich noch irgendwie mehr eigentlich Furore sorgen müssen, ne? Dass, dass Obi-Wan da die Macht benutzt hat, um sie vor dem Sturz da zu bewahren. Aber gut, äh, ja, ich weiß gar nicht, ich glaub, sie laufen dann Kumail Nanjani in die Arme und der, äh, entschuldigt sich dann so halt bei Obi-Wan, ne? Für seinen Scheiß da vorhin, verweist sie dann, glaube ich, irgendwie darauf, dass sie irgendwie auf das und das decken müssen, um das und das Shuttle zu kriegen, um da wegzukommen, ne? Und er stellt sich dann, äh, Reva in den Weg und die merkt sofort, er ist zwar kein Jedi, auch wenn er so tut, aber er weiß, wo ein Jedi ist. Beziehungsweise er ist einem begegnet. Und das, es wird zwar nicht so wirklich gezeigt, aber es erinnert dann natürlich auch schon so ein bisschen an Kylo Ren in Episode 7, wo er aus Rey auch irgendwie eine Information rauskriegen wollte, ne? Also mit, mit Hilfe der Macht. Und, ja, Moses Ingram, beziehungsweise Reva, ich sag immer Moses Ingram, äh, ist denen dann wirklich dicht auf den Fersen? Also Obi-Wan und Leia, ja, so wahnsinnig viel kommt da jetzt eigentlich nicht mehr, aber da hab ich immer was vergessen. Nein, das war's im Großen und Ganzen. Aber etwas, was für mich die ganze Zeit wie ein Damoklesschwert über die ganze Folge hing, ist, äh, wieder ein mögliches Kontinuitätsproblem, was man lösen könnte, wenn man sich eine bestimmte Szene in Episode 4 nochmal genau ansieht. Denn wir alle kennen die berühmte Nachricht, die in R2-D2 eingespeichert wird, helft mir Obi-Wan Kenobi, ihr seid meine letzte Hoffnung. Und du kannst ja im Film niemals die volle und ganze Nachricht hören, du hörst Fragmente davon, während Luke sich mit Obi-Wan unterhält. Leia sagt irgendwas von, sie haben mit meinem Vater in den Klonkriegen gedient, bla bla bla, aber kann man aus dieser Nachricht raushören, dass Leia und Obi-Wan sich eigentlich nicht gekannt haben? Ja, das, die Frage hab ich mir auch gestellt. Genau, und Leia immer nur Geschichten über ihn gehört hat. Ich meine, jetzt kann man sagen, vielleicht kann man das aus der Nachricht nicht raushören, müsste man nochmal reinhören, aber der Verdacht liegt natürlich nahe, dass Leia ihm eigentlich nie begegnet ist. Aber die haben natürlich jetzt in der Serie immer noch Möglichkeiten und die Zeit, das zu untermauern. Aber ich weiß nicht, diese, diese Nachricht für ihn, die aus Episode 4, die klang für mich immer etwas unpersönlich, dass man auf die Idee kommen könnte, sie wären sich nie begegnet. Das hatte ich nicht so empfunden, muss ich zugeben. Also warst du jetzt nicht so, hattest du nicht so die Verbindung zu Episode 4 gezogen an der Stelle? Ganz und gar nicht. Also in der Nachricht, die du angesprochen hast, so persönlich, wie sie ihn ja anspricht, klingt es für mich schon so, als würden sie sich in gewisser Form kennen. Also vielleicht jetzt nicht unbedingt oft gesehen und intensive Gespräche geführt, aber zumindest, dass sie einander vorgestellt wurden. Und das könnte hier ja den Ursprung haben. Ja, also für mich klingt es in Episode 4 tatsächlich so nach, so von wegen, sie beruft sich auf ihren Vater. Und mein Vater hat mir gesagt, ihr seid ein fähiger Mann und deshalb wende ich mich jetzt an euch. Und ich kenne euch aber gar nicht, weil sie hat ja nicht jetzt irgendwie, also es wirkte auf keinen Fall so, als sei es ein alter Freund von ihr. Und wenn sie ihn jetzt hier schon kennengelernt hat, dann ist das ja wirklich, also klar, es kann sein, dass sie ihm nie wieder begegnet ist. Und das ist halt auch ein Kindheitserlebnis gewesen, aber sowas vergisst man doch dann, glaube ich, nicht. Ja, kommt drauf an, ob das halt eben ihr einziger Kontakt mit ihm war und sie halt eben nur dieses, diese schwache Performance von ihnen in Erinnerung dann hat. Und er deswegen jetzt nicht unbedingt ihre erste Wahl war, aber ja, muss ich zeigen, wie die Serie weitergeht. Man kann es noch irgendwie so erklären, das fände ich relativ clever, sie weiß ja bisher nicht wirklich den Namen. Er hat gesagt, ich heiße Ben und das war's. Und das ist kein Jedi-Name für sie. Exakt. Und es kann ja irgendwie sein, dass die danach jetzt hier getrennte Wege gehen und sie wird den Namen Obi-Wan Kenobi mit ihrem Retter hier niemals in Verbindung bringen. Das kann auch sein, ja. Es ist ja überhaupt nicht klar, als die erwachsene Lea, wenn sie diesen Funkruf macht, dass sie Obi-Wan Kenobi schon mal begegnet ist. Ich fände es lustig, wenn die das irgendwie dann etablieren könnten als Idee. Ja, ich bin gespannt, wie sie das noch irgendwie hindrehen, aber es wirkt schon so ein bisschen nicht ganz so konsistent. Das ist halt das Problem, wenn man halt nach ewigen Jahren so eine Serie macht. Aber gut. Ja, was noch sehr interessant ist, dass Obi-Wan hier tatsächlich, also er führt ja die ganze Zeit sein Lichtschwert mit sich. Und Lea sagt ja dann auch in der früheren Szene so, ja, also warum benutzt er es nicht einfach und gut ist, ne? Und später auf den Dächern benutzt er dann tatsächlich einen Blaster, wo ich mir dann auch so dachte, weil... Da fiel mir auch wieder so Episode 4 ein, ja, also hier, ne, Lichtschwert, das ist stilvoll, das ist nicht so plump wie eine Feuerwaffe, ne? Und er hat ja auch in den Prequels, hier wo er General Grievous killt, da benutzt er ja auch eigentlich nur ein einziges Mal wirklich einen Blaster. Und er sagt gleich danach halt, wie unzivilisiert. Genau, genau, genau. Das hätte mir fast gefehlt. Aber ja gut, diesen Humor hat er halt noch nicht so, ne? Ja, dann ist da eigentlich auch nicht mehr viel. Äh, nur noch, dass Moses Ingram irgendwie hinter denen her stolziert und dann irgendwie sagt, dass sie ihn schon lange gesucht hat, dass sie ihn endlich gefunden haben. Also, das war ja auch die wichtige Notiz. Die Kopfgeldjäger sollten Obi-Wan nicht töten, sie sollten ihn nur aufscheuchen. Und sie will ihn ja auch nicht töten, sondern sie will ihn zu Lord Vader bringen. Ja, ihr Meister eigentlich wahrscheinlich, ne? Und das hat dann auf Obi-Wan auch schon eine gewisse Wirkung, als er auch schon so den Namen hört, ne? Ja, da, das war, glaube ich, so schauspielerisch die größte Szene von McGregor einfach, weil da so wirklich dieser tiefe Schock langsam hervorsticht. Also, nicht mit einem Schlag, sondern so Stück für Stück steigert sich, ja, man könnte fast sagen, die Furcht in ihm. Und der Blick dann halt eben von ihm am Ende macht klar, oh mein Gott. Ja, und wir haben dann, dann taucht ja später nochmal, also zwischendurch in der Szene taucht dann noch der Großinquisitor auf. Oder kurz davor, ich weiß es nicht. Und der bedroht mit seinem fast schon Flickflack-Lichtschwert, was man auch so kennt aus, schon aus der Serie Rebels eben. Also, die sind ja, Griffe sind ja so rund und diese Doppelseiten vom Lichtschwert, die können sich ja drehen. Äh, sodass das ein noch größerer Stroboskop-Effekt-Angriff auf die Augen ist, als bei General Grievous eigentlich. Und der bedroht dann auch in einer Szene Fleer und er holt dann aber irgendwann, glaube ich, Reva ein und hat dann so langsam echt genug von ihrem Fanatismus. Und, tja, sie räumt ihn dann aus dem Weg. Und zwar wirklich relativ beiläufig, ersticht sie mal eben so den Großinquisitor. Ja, war so ein bisschen schade irgendwie, ne? Ich weiß nicht genau. Also, wir haben den Charakter jetzt nicht gut genug kennengelernt, als dass man sagen könnte, da wäre noch Potenzial mit der Figur. Ich weiß nicht, ob ich unbedingt mehr von dem hätte sehen müssen. Aber es war halt gut, um zu zeigen, dass Reva eigentlich der gefährlichere Charakter ist und dass man das ihr nicht an den Kopf werfen kann, auch wenn man im Rang über ihr steht. Und also, wenn man sie jetzt eben als die Person hat, die Kenobi weiterhin verfolgt, so lange, bis es zum Aufeinandertreffen mit Darth Vader kommt, ist für mich in Ordnung. Also, ich finde jetzt, der Charakter war ein entbehrliches Opfer. Ich wüsste nicht, dass man jetzt sagen müsste, oh, das war jetzt aber ein Fehler und man hätte mit dem noch dieses oder jenes machen können, finde ich nicht. Das nicht, aber ich hatte das Gefühl, dass man das machen würde. Also, ich sehe das jetzt auch nicht als Riesenskandal, dass er jetzt schon stirbt und bin deswegen mega traurig. Aber ich war dann doch überrascht, dass man ihn so schnell und klanglos untergehen lässt. Ja, ich meine, gut, es ist halt vielleicht auch wieder die Verknappung oder vielleicht auch Rewrites an der Stelle, dass man vielleicht Reva jetzt noch weiter als Hauptantagonistin in den Vordergrund rückt. Und wir müssen ja bedenken, Vader kommt ja auch noch in der Serie, also muss wahrscheinlich da auch ein bisschen Platz geschaffen werden. Ja, und wir wissen ja nicht, wie das Ganze noch aufgebaut und weitergespielt wird. Also, von dem her werde ich da jetzt auch keine voreiligen Schlüsse ziehen. Für den Moment bin ich überrascht. Da wurde ja auch immerhin auch stimmig dann der Bogen geschlossen, weil sie sagt dann ja zu ihm, ja, jetzt bist du derjenige, der in der Gosse verreckt gerade. Das, und ja, zum Ende der Folge entkommt ihr dann zwar Obi-Wan mit dem Shuttle und mit Leia und Reva offenbart aber vorher noch, dass Anakin tatsächlich lebt. Also, sie sagt nicht Vader, sondern wirklich, ja, es ist wahr, Anakin Skywalker lebt noch und das hat auf Obi-Wan, das hast du schon gut umschrieben, Werner, das ist so, diese Erkenntnis ist für ihn so stufenweise. Na? Und, tja, am Ende haben wir dann eigentlich einen komplett geschockten Obi-Wan, der nur so bedeutungsspannender Anakin in die Kamera säuselt oder eher so, ja, so, so rausstößt. Und dann bekommen wir auch schon eine Preview auf das, was uns bevorsteht, denn wir bekommen tatsächlich mit großem Tamtam angekündigt, einen ersten Blick auf Hayden Christensen, sobald man ihn überhaupt erkennen kann, in einem Bagdad-Tank. Und ich muss sagen, also, es war zwar nur ganz kurz, aber das war schon wahnsinnig atmosphärisch. Unglaublich atmosphärisch. Also, für mich war es ohne Frage mit Abstand das absolute Highlight der ersten beiden Folgen. Ich hatte wirklich Gänsehaut und saß wie gesteinigt da und fand's einfach nur großartig, was ich da sehe. Also, das war fantastisch. Und der perfekte Cliffhanger, ich will sofort Episode 3 sehen, auch wenn er natürlich nicht sofort da auftauchen wird, glaube ich. Nee, nee, nee. Aber sie werden hoffentlich mehr aus dem machen als aus Giancarlo Esposito in The Mandalorian. Nein, also, als Cliffhanger war das auch großartig, auch diese Transition einfach von Obi-Wans Gesicht auf sein Gesicht in dem Tank. Nur, Hayden Christensen ist auch sehr präsent gewesen in der Promotion dafür. Ja. Er hat viele Interviews gegeben, er war bei der Pressetour mit dabei. Und ich frage mich die ganze Zeit, ja, wie präsent ist er denn da? Weil wenn du ihn im Darth-Vader-Kostüm siehst, du kannst jeden in das Kostüm stecken und du solltest auch aus Kontinuitätsgründen, zumindest auf Englisch ja auch, dann nicht seine Stimme hören, sondern die von James Earl Jones. Was auch der Fall sein wird. Ja, im Deutschen. Reiner Schöne. Reiner Schöne, ganz genau. Leider, leider. Die Willem-Devaux-Stimme. Die ich ehrlich gesagt nicht nochmal haben möchte. Ich hätte gern Martin Kautz, den man in Rock One gehört hat. Der passte perfekt, fand ich. Ja, stimmt. Ja. Ich hatte gar nicht mehr im Sinn, dass er mehrere Synchronstimmen hatte nach dem Tod des Originalsprechers. Aber ... Ja, doch, hatte er. Ja. Ich frage mich halt dann eben, wie präsent ist Hayden Christensen? Bekommen wir sehr viele Szenen mit ihm ohne Maske? Was ungewöhnlich wäre, weil mit Maske, da brauchst du ihn nicht für. Ja, also ich glaube schon, dass wir ... Also entweder wird es circa 50-50 ausfallen oder nicht allzu groß einen Unterschied machen, was die Zeit angeht. Also ich glaube schon, dass er einige Szenen ohne Maske haben wird. Die Frage ist halt eben vielmehr, ob andere Leute ihn dann ohne Maske sehen werden oder ob das dann eher so kurze Solo-Auftritte sind. Ja, ich bin wirklich gespannt. Also ich muss auch gestehen, ich hab diesen Hass oder diesen Hate wirklich gegen Hayden Christensen nie so ganz verstanden. Ich fand den nicht schlecht. Die schlechte Regie von George Lucas hat da viel kaputt gemacht. Wer den mal wirklich in einer guten Performance sehen möchte, dem sei der Film Shattered Glass ans Herz gelegt. Den hat er zwischen Episode 2 und 3 gedreht und da spielt er einen Journalisten, der einen Großteil seiner unglaublich tollen Storys, für die er auch den Pulitzer-Preis bekommen hat, in Wahrheit erfunden hat. Das ist auch, glaube ich, sogar eine wahre Begebenheit. Der Spiegel lässt grüßen. Da ist ja vor ein, zwei Jahren erst so ein Fall gewesen. Und da ist Hayden Christensen wirklich richtig, richtig gut. Ja, sowas wie Jumper, gut, ist jetzt halt auch schon eine Weile her. Ja, ich bin gespannt, wie der sich schauspielerisch entwickelt hat. Und also ich sag's ganz ehrlich, neben Ewan McGregor ist Hayden Christensen einer der Gründe, warum ich die Serie schaue, muss ich zugeben. Ja, die Vader-Obi-Wan-Konfrontation ist halt der Selling-Point hier. Alle warten darauf. Das ist der Grund, warum diese Serie existiert. Wobei es die Frage wäre, wäre es zu einem Kinofilm gekommen und nicht zu der Serie, hätten die das überhaupt drin gehabt. Aber als die angefangen haben, das zu überarbeiten, die Skripts umzuschreiben, da kamen natürlich dann wahrscheinlich auch die Disney-Einflüsse richtig zum Vorschein. Und man hat gesagt, na, Moment, wir müssen so richtig hier auf den Putz hauen, was den Nostalgie-Aspekt betrifft. Und wir wollen ein Obi-Wan und Vader-Rematch und haben nicht über Dinge wie Kontinuität nachgedacht und ob das alles so stimmig sein wird. Wenn es aber passt, wenn es logisch ist und wenn es nicht so ruiniert, bin ich absolut dafür zu haben. Ich auch. Ja, weil vor allen Dingen, was hatten wir denn in Mandalorian und Book of Boba Fett und in den Serien bisher jetzt? Ganz genau, einen erheblichen Mangel an Lichtschwertkämpfen. Wir werden endlich mal wieder ein ordentliches Lichtschwert-Duell sehen. Ja, mit zwei alten Säcken. Ja, da würde mich jetzt halt eben interessieren, wie ihr euch das wünscht oder vorstellt. Weil ganz ehrlich, wenn die beiden sich physisch gegenüberstehen oder eben auch nicht, was ist richtig und was ist nicht richtig? Weil eben Episode 4, als ich euch das letzte Mal sah, war ich der Schüler. Und wenn man die ja jetzt halt eben dann in der Serie nochmal zeigt, dann ist das halt eben wirklich so dieser eine Moment, dieser eine Punkt, der eigentlich den größten Moment der beiden ein bisschen kaputt machen könnte, den es da eigentlich in der Zukunft gibt. Ja, es ist natürlich die Frage, es lässt natürlich Spielraum, als ich euch verließ, war ich der Schüler, jetzt bin ich der Meister, als ich euch verließ. Nicht als wir uns das letzte Mal sahen. Ja. Und wenn du jetzt überlegst, zwischen Episode 4 und dieser Serie hierhin liegen ja auch nochmal 15 bis 20 Jahre. Das ist ja auch nochmal eine gewisse Zeit. Ja, ein Plus-Argument diesbezüglich, was ich öfters gehört habe, was ich ein bisschen wackelig finde, ist halt, er ist ja jetzt praktisch immer noch ein Schüler, nur eben ein Sith. Aber er ist ja noch nicht so lange ein Sith, aber er ist diesbezüglich eigentlich noch dabei, ausgebildet zu werden. Ja, also wenn man das halt eben einfach in einem Satz kurz anspricht, wenn Obi-Wan zu ihm sagt, du bist immer noch ein Schüler, ja, aber kein Jedi-Schüler oder irgendwie so etwas. Ja, natürlich. Ich denke, das werden die vielleicht auch machen. Da glaube ich schon, dass die dann vielleicht zumindest im Dialog, obwohl ich vorhin gesagt habe, die pfeifen auf die Kontinuität, aber die werden im Dialog irgendeine Referenz einbauen auf alle Fälle. Vielleicht eine Referenz auf das, was vorher passierte auf Mustafar, glaube ich eben. Und dann sehen wir den Rogue One Vader in Action. Ja, aber bitte mit weniger Swag, weil der Typ, der da in Rogue One in dem Kostüm steckte, der war mir viel zu, weiß ich nicht, der bewegte die Hüften. Also David Prowse ist halt wirklich so ein Klotz gewesen und den, den sie da reingesteckt haben in Rogue One, aber wer weiß, also Hayden Christensen ist ja jetzt auch schon, also der ist ja jetzt, glaube ich, Anfang 40 inzwischen. Wobei, ich weiß nicht, ob ihr den in der Promo gesehen habt, der ist ja irgendwie kein bisschen gealtert, der Kerl, ne? Bisschen, kleines bisschen schon. Er ist von Teenie zum Erwachsenen geworden gefühlt, aber nicht mehr. So ein bisschen so ein Effekt wie bei Olendo Bloom mit Herr der Ringe und dann den Hobbit-Filmen, ne? Ja, es hat geklappt, obwohl man ja da bei den Hobbit-Filmen ein bisschen zu sehr auf digitale Verjüngung gesetzt hat, das konnte man sehen, aber trotzdem war das okay. Ja, gut, aber das, das Thema machen wir jetzt nicht auf. Ja. Also Lirum Larum, es ist ein toller Cliffhanger, vor allem ist das auch mal eine Perspektive, die wir noch nicht so wirklich gesehen haben, ne? Also in Rogue One wurde es ja schon angedeutet, wie er da in dem Bacta-Tank da rumschwimmt und hier, man hat sogar so ein bisschen seine Ohren gesehen, ne? Der sah schon wirklich aus wie so ein, also hatte auch so einen leichten Voldemort-Touch irgendwie, ne? Und man merkt, also ich meine, überlegt mal, wie alt Episode 4 ist und wie alt die Vader-Figur ist und es hat trotzdem, es hat wirklich immer noch eine Wirkung einfach, ne? Ist halt nicht ohne Grund eine der großen Ikonen der Schurken, die es überhaupt gibt. Ja. Wenn das Kostüm, vor allen Dingen, es geht einfach um so vieles, was das ausmacht, der Helm, der ganze Look und dann natürlich auch immer, wie man den ankündigen kann, wie mit dem Atmen. Bevor man den überhaupt sieht, sieht man das Atmen und es ist immer, immer wieder großartig. Und das Atmen ist auch das Letzte, was wir hören, ne? Ja. Das hat schon eine Wirkung. Also, ja, alles in allem, ja, ich muss sagen, es hat mir, es hat der Folge zum einen gut getan, dass ich sie nochmal gesehen habe, zum anderen aber auch weniger gut getan. Ich halte mich noch ein bisschen zurück, sonst, Werner, möchtest du anfangen? Ja, also ich muss zugeben, man hat gut auf die erste Folge aufgebaut und das Interesse, welches man in der ersten Folge geweckt hat, durchaus gehalten. Also, man hatte ja nicht irgendwie nachgelassen oder Zeit verschwendet, sondern ist konstant der Story gefolgt und hat dabei gleichzeitig auch ein bisschen Fanservice betrieben, ne? Und von dem her, ja, Action hat man auch ein bisschen geboten. Ja, also für mich hat das komplett stimmig gewirkt, hat Spaß gemacht, ist jetzt nicht der größte Renner aller Zeiten, wo ich sag, muss ich mir jetzt jeden Tag anschauen, aber das hat auch niemand erwartet. Und von dem her, ich bin rundum zufrieden, hab Lust auf mehr und freue mich auf die nächsten Folgen. Ja, schön. Christopher? Für mich war es auch eine Steigerung zur ersten Folge, der Plot, The Plot Thickens, wie die Amerikaner immer so schön sagen. Es wird jetzt intensiver, wir hatten den Cliffhanger, der wirklich nach mehr schreit. Ja, grundsolide, finde ich auch. Und ich bin gespannt und das ist natürlich immer das Wichtigste. Sie haben nach wie vor mein Interesse und meine Neugier. Ja, da kann ich mich anschließen. Es war alles in allem wirklich eine solide Folge. Sie ist halt von der Schreibe manchmal so ein bisschen inkonsistent, ähnlich wie die erste. Man merkt, dass hier schon irgendwie auch, ja, so ein paar Schrauben halt eben angesetzt und in eine andere Richtung gedreht wurden. Alles in allem tut es dem Ganzen aber trotzdem keinen Abbruch. Es ist vor allem wahnsinnig kurzweilig, ne? Also die Folge war ja deutlich kürzer als die erste und ich fand beide wirklich kurzweilig, obwohl die erste schon ein anderes Erzähltempo hatte, ne? Das hat man wahrscheinlich jetzt auch hier an unserem Podcast gemerkt. Aber, ne, ich bin nach wie vor gespannt und ich möchte wirklich, ich möchte doch einiges gern von Hayden Christensen sehen. Und ich hoffe, dass wir das auch bekommen. Also ich hätte nicht gedacht, dass wir so früh schon ein Vader-Image kriegen. Dass das kommt irgendwie in Folge 4 oder so, aber wer weiß, vielleicht bleibt der jetzt erstmal unterm Deckel und kommt dann in Folge 5 erst zum Tragen. Aber wir werden es sehen. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch beiden recht herzlich, insbesondere bei Werner, unserem Gast. Ich hab zu danken, dass ich da sein durfte. Ja, ist mal was anderes, so ein Recap. Wir wissen noch nicht genau, wer bei Folge 3 dann hier als Gast hereinstiefeln wird. Das müssen wir noch so ein bisschen ausbaldobern in der Redaktion. Vielleicht lassen wir auch einfach ein bisschen das Lichtschwert kreisen. Was ich sagen kann, die nächste Folge kommt ja, also nachdem wir jetzt dieses Doppelpack hatten am Freitag, kommt ja die nächste Folge schon nächste Woche Mittwoch. Und das heißt, da wird dann schon die Hälfte der Serie rum sein. Das geht wirklich wahnsinnig schnell hierbei. Ich freu mich drauf, Christopher. Ja, wann ihr die Folge auf die Ohren kriegt, ist noch nicht klar. Wahrscheinlich möglichst Donnerstag, eventuell dann aber auch erst Freitag. Ansonsten würde ich sagen, verabschieden wir uns. Und ganz traditionell von mir zumindest, möge die Macht mit euch sein. Come to the dark side, I have cookies. Damit kriegen wir andere in diesem Podcast hier mit Cookies. From the dark side. Ciao, bis nächste Woche. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des TeleStammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns. Wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.